So, hallo meine verehrten Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu Let's Play League of Legends. Leider habe ich den Start verpasst und ja, weil ich dann einen kleinen Anruf bekommen habe, an den müsste ich leider rangehen. So, okay, wir spielen heute Kyle, Kha'Zix als Jungler, Nunu, Mumu, Nunu, wie heißt denn der eigentlich genau? Nunu, Mumu, äh, Nunu, okay. Unten sieht man natürlich Mudo und ich als Eddie Carey. Als Eddie Carey Miss Fortune gegen Brand Wukong Trash, Lee Sin als Jungler und Xin Xau. He just cover. Okay, Xin wird auf jeden Fall mal hier unten sein. Scheiße. Oh, da ist auch der Xin da, okay. Nein! Ach komm schon, jetzt hat den bekommen. Na gut, okay, aber den gehen wir jetzt hier mal auch weg. Nein, geh du mal weg da. Ja, so, okay, wow, ziemlich gut Job. If someone in the early game use Pings. Kha. Okay, das war jetzt natürlich ein guter Job. Supporter Fizz, äh, Fizzblut. I had Ignite. If have 4 HP, Mundo hit him. Auf geht! Ja gut, ähm, das war jetzt irgendwie ein KS oder Kano, das ist mir egal. Aber Hauptsache, wir haben die geschafft und die eine Navajo YouTube-Channel. Okay, danke schön, dass man da jetzt irgendwie meinen Channel mag oder so, weiß ich irgendwie von dem oder so. Aber gut, okay, Mundo ist jetzt da drin. Wir tun mal den mal ein bisschen mal killen hier. Okay, gehen wir ein bisschen mal weg hier. Puh, pushen wir nicht so sehr. Okay, wir müssen jetzt immer ganze Zeit das Last hätten hier. Ah, fuck. Fasch hätte es Last hätten gegeben, aber leider nicht so schnell. Okay, gut, ähm, wir müssen jetzt auch mal Level 2 mal machen. Scheiße. Weg da. Weg von dem, weg vom Mundo. Weg von meinem. Ich bin der größte Fan, ähm, okay, keine Ahnung, wer das jetzt ist, aber, aber okay, gut. Okay, sag einfach mal danke, ich muss nochmal ein bisschen hier jetzt mal auf das Spiel zurück konzentrieren, weil sonst lösen wir ganz, ganz tolle bald, wenn ich den nicht konzentriere oder so. So, Last hätten, so den hier nehmen wir jetzt mal mit. Ah, fuck, ich bin immer noch zu langsam, verdammt. Ah, den habe ich jetzt fast erwischen können, aber leider habe ich es nicht geschafft. So, wir müssen mal ein bisschen mehr, äh, mehr Damage mal reinkriegen. Oh, der geht, der geht jetzt mal hier nicht back oder so. Der geht jetzt natürlich auf eine harte Lusse oder so, keine Ahnung. Ah, scheiß du, mein, komm, geht, geht mal weg von mir. So, die gehen jetzt, glaube ich, beide jetzt back oder so. Haha, der Leben. So, vielleicht stirbt er jetzt mal, oder? Oh, da komm schon, stirb! Stirb, nein, der hat es überlebt, scheiße! Der hat es überlebt, der hat es überlebt, fuck, man. Ah, verdammt, der hat es überlebt, das gibt es doch nicht. Es hätte so gut laufen können, aber nein, der hat es leider überlebt, der Junge. Ah, verdammt, ey, scheiße! Na gut, ähm, starten wir jetzt einfach mal in den neuen Versuch. Mundo ist jetzt immer noch hier, mit einem Board da drin. Les sind, schafft es irgendwie nicht zu töten. Und der Xen ist mal fast gestorben. Ja, ja, ich bin da schon weg, ich bin da schon weg. So, ich weiß nicht, auf wen die jetzt da losgehen wollen, oder so. Scheiße, ich habe jetzt kein Mana mehr, verdammt, ey! Ich hätte es eigentlich so gut laufen können, aber ich habe jetzt irgendwie kein Mana mehr. Das ist natürlich ganz, ganz doof. So, dann pushen wir hier mal ein bisschen weiter. Oder machen wir jetzt einfach mal Lasted weiter. Da ist wieder Trash da. Ich versuche da jetzt irgendwen hier rauszujaggen aus dem Ding da raus. Okay, so, jetzt gehen wir einfach mal wieder ein bisschen zurück. Jetzt haben wir schon eine 88 HD. Alter, der soll mal herbleiben, der Junge. Ich glaube, ihr wollt jetzt mich grabben, oder beziehungsweise den Trash hier. Nein, scheiße! So, weg da! Du kleine Ratte, du! Geh weg von dem Mundo. Mein Lieblingsmundo. So, ich muss jetzt irgendwie jetzt schaffen, den irgendwie zu stillen hier. Nein, scheiße! Verdammte Scheiße! Der Ding hat mich einfach erwischt, aber gut, okay, ich habe mich getötet. Äh, Hamza Ward. Ja, okay, auf die Wards können wir jetzt irgendwie verzichten. Ich habe beinahe erwischt, mein Beinahe! Scheiße! Oh, Mann, ich konnte jetzt mich wegflaschen, aber ja, beziehungsweise kein Flash mehr da war. Ich habe den Flash verschwendet. Achso, genau, stimmt. Wo wir den ersten Kill gemacht haben, also, beziehungsweise, wo wir den ersten Mal den der Lieblings, der Lieblings, der Lieblings, der Lieblings, sechs hingetötet haben. Uh, der Mitte! Fuck! Aber gut, okay, der, 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 der kommt der Weg, das ist super. So, wie steht es eigentlich aus? 2 zu 1. Wir haben eigentlich jetzt gerade gefeadert vorher. Hi, Lee! Hallo, Lee! Wir haben jetzt gefeadert. Irgendwie hat er nicht gefeadert, sondern der Kill hat bekommen Trash. Okay, das ist ja nicht so jetzt irgendwie dramatisch oder so, weil ich bin ja schon hier bereits. Jetzt können wir jetzt mal ein bisschen weiter abgehen. Oh, da kommt dieser Trash wieder hierher. Scheiße! Da hat es mal ein bisschen mein Leben gekostet, der Junge. So, jetzt habe ich... Nein, jetzt habe ich nicht meine Ulti fertig. Scheiße, ich habe gedacht, vielleicht habe ich jetzt meine Ulti fertig oder so. Na gut, ich muss mal ein bisschen mal Mana sparen. Bitte zum Hilfe. Okay, vielleicht gehe ich jetzt mal kurz da hin. SS, okay. SS. Dann bleiben wir jetzt einfach mal hier stehen und warten mal, bis da jetzt irgendwie jemand kommt. Oder so. Trash ist da oben. Ich hoffe, der schmeißt jetzt nicht irgendwas hierher oder so. Der... Der Xins springt auch irgendwie so ein bisschen ruckartig rüber. Was ist jetzt irgendwie... Keine Ahnung. Äh, okay. Der ist jetzt hier. Okay. Der laufen wir jetzt einfach mal eilig hinter dem Herr. Wo ist denn der jetzt? Der ist jetzt irgendwie nicht da. So, der ist jetzt wieder in der Mitte. Okay. Bleiben wir jetzt einfach mal hier stehen. Wir wissen, wir schwören. Gehen wir jetzt einfach mal wieder in die Mitte zurück, weil der geht jetzt glaube ich nicht weg. Und Trashkill läuft jetzt auch da hin. Scheiße. Der hat es da gewordet. Scheiße, ich hab's nicht erwischt. Da ist ein Wort. Wort. Da ist ein Wort. Und da drin ist ja auch ein Wort. Aber ich weiß nicht, wo die jetzt hier sind. Ich glaube, die sind jetzt nicht hier. Nein, die sind jetzt nicht hier. Please, please hold Lenka. Oh, die haben hier natürlich schon ganz ziemlich gepusht hier, die Affen da. Okay. Ich muss ja gleich mit Kindern mal Vasaren stehen bleiben. Dass man jetzt dann nicht nur den Trash versucht, uns zu sich her zu zerren. Damit jetzt irgendjemand mal den Kill bekommt. Mein Mikrofon irgendwie untersteuert dann dauernd. Keine Ahnung, warum jetzt. So. Okay, die sind jetzt hier weg. Irgendwo, keine Ahnung. Trash ist jetzt auch nicht da. Doch, Trash ist da oben. Aber der... Okay, der... Der Ding, schau wieder da. Ja, ja. Ist ja gut. Oh, scheiße. Der Ding... Achso, der geht weg. Okay. Nein, ich geh jetzt nicht dahin. Ich bleib jetzt einfach mal hier stehen. So, Base. Okay. Also, der Munde ist jetzt bis jetzt mein bester Supporter, wo ich jetzt jemals gehabt habe. Hier auf der Lane. Also, kann man eigentlich da nicht viel verjubeln oder nicht viel sagen. Der Lassin... Der... Nunu? Was will denn der Nunu da? Fuck, was mach ich denn überhaupt? Was mach ich denn? Will scheiß ganze Zeit schau wieder nach oben und treib der innen Scheiß da. So. Dann gehen wir mal jetzt schnell. Komm schon, stirb jetzt mal! Du Ganove! Okay, die Mana muss man jetzt mal ein bisschen aufsparen. Ah, komm, der Lassin Kill hat er noch mehr gemacht. Good Job, Hamza. Alter, wer ist denn der Hamza hier? Ähm, Hamza! Also, Saham, nicht Hamza, sondern Saham. Irgendwie. Saham, Hamza? Ähm, nein. Saham? Nein, ich hab da vielleicht... Vielleicht ist es irgendwie so... ...und so von hinten nach vorne oder halt umgekehrt geschrieben. Aber leider war es nicht so. Okay. Uh, der Wukong ist jetzt da. Ah, komm, der ist schon weg, der Trash von da. Wir müssen ein bisschen mal hier rüberpushen. So. Ich hab jetzt wieder... Ich miete wieder da. Das heißt, wir können jetzt mal irgendwie jetzt so irgendwas mal versuchen hier. Ah, scheiße, Mann. Der hat wieder jetzt mal... ...ist sich gerettet von da. Okay, dann soll man auf jeden Fall auf den Mundo losgehen. So ist er nicht. Lass mich junglen. Ach, komm schon, scheiß Kerl. Geht's da jetzt wieder weg. Ihr bleibt einfach mal hier stehen und wart mal ein bisschen, dass da jetzt irgendjemand in der Welt kommt oder so. Ich kann mal meine Runde hier schnell machen. Ah, scheiße. So, machen wir jetzt einfach mal so hier. Ah, nicht getroffen. Scheiße. So, machen wir jetzt einfach mal so. Da sind jetzt zwei Souls für den Trash. Aber okay. So, mein Plymouth oder Pfeffer wächst. Das ist für den Trash. Der ist ja fast so wie ein Ding. Weg da, Mann. Uh, scheiße. Na gut, konnte jetzt irgendwie den Lissin treffen. Äh, den Ding treffen. Vielleicht mache ich das jetzt auch mal. Okay, aber ich kann den jetzt nicht so töten, wenn ich so stehe. Scheiße, Mann. Vielleicht konnte ich mal meine Ulti verwenden, aber dann treffe ich den sowieso nicht. Scheiße. Okay, ich glaube, der ist jetzt sowieso jetzt weg. Deswegen benutze ich mal kurz mal den Skill her, dass ich mal schneller mal von hier wegkomme. Passt der Mana. Ich weiß nicht, was der jetzt damit meint oder so. Keine Ahnung. Ah, komm schon. Nein. Der Lacker, der hat es überlebt, Mann. Der hat es überlebt, Mann. Der hat es überlebt. Scheiße, der hat es überlebt. Der hat es überlebt. Ah, da. Lacker, Lacker, verdammt, ey. Der hat es überlebt. Verdammt, schon wieder. Das gibt es doch nicht. Ach komm, das ist doch so scheiße. Der hat es wieder überlebt. Ach komm. Warum, warum muss es jetzt eigentlich immer so alles bescheuert sein? Warum müssen die jetzt alles überleben? So, 190 gibt es jetzt hier. Löstgut verkauft. Das kaufen wir jetzt lieber mal nochmal ein Schwert. So, zwei Schwerter. Ein, äh, ein vampirischer Zepter für mehr Lebensraub. Und jetzt komme ich ja zurück, ey. Ich bin gerade hier unterwegs. Scheiße, ich hätte ihn fast erwischen können, aber... Nein, dazu überstanden. Ich hätte mal vielleicht mal ein bisschen mit meiner Ulti warten sollen. Aber bei denen ist das so, wenn die jetzt irgendwie getroffen wird, dann geht dann halt natürlich der Run-Skill bei dir weg. Dann ist die nicht mehr so schnell. Das ist genau der Nachteil, warum ich den letztlich erwischt habe. Weil wir wollten jetzt igniten oder so, aber haben jetzt nicht geschafft. Komm schon, Render weg, Render weg. So, jetzt bin ich immer wieder hier. Sein, sein Wicht und das nicht zerstören irgendwie. Uh, hat er sich jetzt eine Rüstung gekauft? Uh, 39 Rüstung. Okay, gar nicht mal so schlecht. So, bis mein Trash mal verjagen kann, dieser Lane. So, den jetzt hier ebenfalls. Dann können wir jetzt mal ein Schießjahr mal kurz machen. Ich glaube, die Trauern sind jetzt sowieso nicht mehr zu uns. Nein, Scheiße. Ach, komm schon. Das war, glaube ich, der Sinn von dem. Dass jetzt irgendwie mich der Turm attackiert oder so. Aber nichts da, nichts da. Nicht mit mir. Nicht mit mir, meine Freunde. Nicht mit mir. So, der ist jetzt tot. Der kann da machen, was der will. Der ist jetzt einfach mal tot. Und da kann er machen. Uh, Scheiße, 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 Scheiße. Back da. Back da, so. Können wir mal hier ein bisschen weiterkillen. Oh, Lesin ist gerade unterwegs zu uns. Okay. Lass uns mal ein bisschen mal Achtung geben. Ich glaube, der Lesin ist gerade unterwegs. Da muss man mal ein bisschen mal in Achtung gehen. So, der Mund ist immer noch da. So. Das haben wir jetzt mal gepusht. Ja, der Turm ist weg. Der Turm ist weg. Der Turm ist zerstört worden. So, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen back gehen, weil der Lesin... Ah, der Lesin ist jetzt oben. Okay. Okay. So. So, ich gehe jetzt mal hier back. Ich habe jetzt die Schnauze voll hier. Ich gehe jetzt mal back. Putin. Was? Was für Putin? Was labert sie eigentlich, Mann? Was für Putin? Seid sie nicht mal ganz dicht, oder was? Mit Putin und so weiter. Okay, jetzt brauchen wir einfach mal jetzt purer Schaden oder halt kritischer Schaden. Jetzt haben wir aber Zepter bereits. Okay, der Trash hat jetzt da unten gerettet. Die bin jetzt gerade auch hierher unterwegs. So, kommen wir jetzt einfach mal hierher. No problem for Ulti. Okay, los geht. Das können wir mal einfach mal. Eine kleine... Eine kleine... Eine kleine Äpfchen hier. Ah, scheiße. Die geht jetzt weg hier. Hm. Na gut, okay. Dann machen wir jetzt einfach mal kurz hier die Geister. Oder wie heißen die eigentlich? Ja, ja. Ich komme ja schon. Ich komme ja schon so. Ich bin ja schon unterwegs. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Ich bin ja schon unterwegs. Oder ich gehe jetzt einfach mal von... Ah, scheiße. Die haben wir schon gesehen, glaube ich. Ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen und warte mal, bis jetzt irgendjemand zu mir kommt oder so. Ich glaube... Ich glaube, der Brand weiß so circa, dass ich hier bin. Also ungefähr weiß er da, dass ich jetzt hier unten mein Zuhause suche. Aber da ist ja auch Gassix da. Scream and shout. Okay. Oh, nein, 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 nein. Da geht jetzt mal weg. Da geht jetzt mal weg. Da geht jetzt mal weg. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, nein, 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 nicht das, nicht das. Ah, scheiße, Mann, muss er jetzt da weggehen? Ach, komm, der ist so eine Ratteste. So, der ist jetzt weg. Oh, scheiße, seine Ulti da jetzt. Ach, komm, schon, wurschen der jetzt, wurschen der jetzt, wurschen der. Nein, nein, wow, wie viel HP hat denn der? Alter, was geht? Wie viel HP hat denn der, Junge? 1600? Scheiße, jetzt bin ich tot. Nein! Nice fail. Fail. Ja, gut, ich hab's ja geholfen. Ich hab's ja trash getroffen. Ich bin ja aber eigentlich irgendwie zu langsam, man. Ich brauch jetzt einfach mal ein bisschen mehr Damage oder so. Ich gebe meinen kleinen Tipp, dass da jetzt der Kazix, weiß ich glaube, ich glaube, dass da jetzt irgendwie der Lessin da unterwegs ist. Und unten ist Mundol, pusht ja in Ruhe weiter. Aber ich glaube, der Kazix irgendwie, der killt ihn jetzt, glaube ich nicht. Aber ich glaube, der ist schon da unten, bereits beim Brett oder so. Könnte ja sein. Ja, genau, der ist da. Jetzt, die kämpfen da unten, den Red grad. Scheiße, und der hat jetzt den Red. Ah, fuck, der hat ihn da jetzt weggekickt. Scheiße, vielleicht krieg ich den noch, vielleicht krieg ich den noch, vielleicht krieg ich den noch. Ach, komm schon, wieso steht er jetzt da? Oh, man, das war jetzt grad so gut laufen können. Hat er jetzt getroffen? Ja, der hat ihn getroffen. So, ah, mamma, 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 scheiße, der hat ihn jetzt erwischt, man. Ich hab jetzt, ich hab mir jetzt vorteleportiert und ebenfalls jetzt irgendwie, äh. Ja, gut, der lasst jetzt einfach mal den Blue da. Und ich wollte jetzt eigentlich noch entzünden, denn, aber der war eigentlich schneller als hier. Wow, 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 alter. Was geht denn mit dem ab? Wie viel Damage kann er da aushalten eigentlich? Ich schaue, das ist ja brutal. Okay, oh, der hat auch 99 Rüstung. Okay. Der hat auch 99 Rüstung. Okay. Scheiße, der, der Ding haut jetzt auf und hier ab. Alter, der ist doch so ein Lacker, der. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Der haut mir wieder ganz bisschen ab, man. Ach, komm schon, ist doch so scheiße. So, ich muss ich mal einfach mal das dumm bisschen hier. Wow, scheiße. Ach, komm schon, mich, wieso, wieso takiert mich jetzt so, ey? Das gibt's doch nicht, ey. Und der, und der Ding ist schon wieder weg. Komm, das ist doch so scheiße, alles, ey. Das ist doch alles so scheiße. Der scheiß Ding, der haut auf die ganze Zeit von hier ab oder so. Scheiße, muss das dann vernehmen, vielleicht der mal bisschen so retten oder so. Und der läuft jetzt einfach mal kurz mal hinter, hinter dem her. So, okay, das war jetzt kein KS oder so. Alter, was, wo, wo rennen die jetzt alle, eigentlich hier rein? Das gibt's doch nicht. Scheiße, ich weiß schon, wer das ist. Ich weiß schon, wer das ist. Das ist genau dieses scheiß Mistvieh hier. So, ich geh jetzt mal schnell hier weg. Alter, ich hab den Fasch erwischt, mein Alter, der muss sich hierher teleportieren. So, ich bin jetzt wohl da weg. Und, ich glaub, der Siegskericht ist einer auf die Decke. Genau, warte jetzt. Alter, der, 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 genau, der hier, genau. Alter, der rennt doch ganze Zeit von mir weg, Mann. Ganze Zeit, es gibt's doch nicht. Was ist denn da los? Der kommt, der, der kommt mir immer so brutal knapp, ey. Das ist einfach unglaublich. Und der, nur die kleine Äffchen hier, die hat einfach mal zu viel Rüstung. Da können wir einfach nichts mehr machen. Okay, eigentlich, Mundu hat ja auch gar nicht mal so wenig. Der hat sogar mehr. Der hat sogar mehr. Oh, komm schon, komm schon. Ja, ja, ja. Mann, aber der erwischt ihn jetzt, glaube ich. Scheiße. Aber Kylie, schau da. Komm schon, nein, das war jetzt... So, der ist jetzt weg. Ich weiß nicht, was er da machen wollte. Der ist einfach auf mich losgerannt. Hm. Okay, gut. Jetzt pustige ich mal einfach mal den Turm hier. Oder den Dragon hier. Verlangsamt. Ja, ja. Kannst du mir verlangsamen, wie du willst. Ich kenne dich trotzdem. Oh, ich habe auch jetzt irgendwie kein Ding da. Scheiße. Dann muss es nachdem jetzt in die Back gehen. Ich habe gedacht, ich habe irgendwie... Äh... Wie soll ich das sagen? So, ich habe jetzt irgendwie gedacht, ich habe jetzt irgendwie Blöddürste. Aber habe jetzt irgendwie anscheinend nicht. Okay. Jetzt gehen wir einfach mal hier weg. Weil ich jetzt... Alter, der hat mir so viel Leben abgezogen, der Junge. Aber jetzt kommt mir dann natürlich ein Blöddürste, dass ich mal ein bisschen mehr Lebensraub habe. Und dann mache ich gleich mal... Ähm... Gleich mal schwarzes Beil fertig. Komm schon, lad auf. Lad, lad. Leben, leben, leben. Ich brauche Leben. Los geht's. In die Mitte. Bam. Weg. Komm schon, ich bin jetzt schon gerade auch hierher unterwegs. Killst du alle. Killst du. Alter, wie viele Worts sind da drin? Drei... Drei Worts? Ich lese Dump. Alter, drei Worts sind da. Oh, scheiße. In der Mitte. Nein, nein. Ich will jetzt mal ein Tum nicht hierher geben. Scheiße, da kommt jetzt irgendwie bestimmt diese Affe hierher. Nein, das war ein bisschen. Okay. Jetzt da, ich gebe dir nicht. Ich gebe nicht. Ich gebe ein Tum nicht hierher. Ich gebe ein Tum nicht frei. Da kannst du nur ganz schön machen, was du willst. Ich gebe ihn einfach nicht hier frei. Oh, da oben schaut diese Ecke. Okay. Wow, die sind hier zu dritt. Scheiße. Okay, aber da ist auch Kyle hier. Scheiße. Bleiben wir jetzt mal hier stehen. Killst du. Killst du. Killst du. Ja, der ist jetzt tot. Und Lissin haut sich hier ab. Aber da ist auch den Club da hinten irgendwo. Da ist auch, glaube ich, der... 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 Der Xen irgendwo hier unterwegs. Alter, wieso vergisst du einen dauernden Namen von denen? Das gibt es doch nicht. Ich glaube, der ist immer noch hier. Nein, der ist schon von hier weg. Okay. Wow. Oh, sorry. Das war ich. Scheiße. Müsste ich niesen. Oh, okay. Der blöd ist, der ist auch schon mal fast fertig. Komm schon. Komm schon. Kill den. Kill den. Kill den. Wieso kill der nicht so jetzt? Jetzt habe ich auch Red wieder. Jetzt habe ich aber kein Blue mehr. Was so Cooldown betrifft. Habe jetzt gar nichts mehr. Alter, auf welche Sprache reden wir denn überhaupt da? Das ist doch so scheiße. So, der ist jetzt weg. Der ist jetzt auch weg. Oh, scheiße. Der Turm ist hier irgendwie jetzt down, glaube ich. Scheiße. Brauch ich Hilfe. 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 Aber ich glaube, den Park geht sowieso nicht. Scheiße. Der Flash ist jetzt auch weg, ey. Der kleine Mistkerl. Ja, schon vorbei. Der Turm ist schon gefallen. Mein Gott, ey. Oh, scheiße. Das gibt es doch nicht. Nein, Mann. Mann, jetzt habe ich meine Uchi dafür verschwendet. Das gibt es doch nicht. Ach, komm. Musst du so scheiße. Jetzt habe ich meine Uchi verschwendet und habe jetzt nichts getan. Ach, komm. Das ist doch so scheiße. Und mein Handy klingelt wieder mal zum fünften Mal, glaube ich schon. Wieso rufen mich Leute eigentlich immer an, wenn ich aufnehme oder so? Das sehe ich. Das ist doch nicht mal voll scheiße. Finde ich irgendwie. Jetzt habe ich aber keine Uchi mehr. Das ist nicht, was noch scheiße ist, weil ich irgendwie jetzt keine Uchi mehr habe. Oh, meine Nase ist irgendwie verstopft oder so. Keine Ahnung. Ja, ja. Komm schon, Xim. Komm schon hierher. Komm schon, mein Freund. Komm schon, mein Freund. Ja, da könntest du ja machen mit dem Ugi, was er wollte. Dann wird er nicht mehr geschafft. Dann wird er so. Wow. Scheiße. Nein, nein, nein. Nicht. Nicht auf mich schon wieder. Nein, jetzt drehen wir. Jetzt drehen wir auch seine Uchi. Alter, ich will wieder Leben abgezogen haben. Oh, scheiße, 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 scheiße. Scheiße, die sind jetzt alle low hier. Nein, die sind jetzt alle low hier. So, der ist jetzt tot hier. Jetzt kann ich da auch nichts mehr machen. Ich habe meine Uchi vorher verschossen. Scheiße, ja, der stimmt. Ja, der ist tot. Der ist tot. Ja, ha, 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 ha. Der ist erledigt. Der hat's gewessen. La, 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 la. Der steht nicht mehr auf. Okay, der steht halt nicht mehr jetzt auf. Na, der steht, der steht schon wieder auf. So, ich muss mal kurz weg. Ich bin gleich wieder da. So, ich bin wieder da. Den Abba-Hand geklingelt. Irgendwas, keine Ahnung was. Alter, bin ich jetzt krank oder was? Das gibt's doch einfach nicht. Ach, komm, ich glaube, ich habe jetzt wieder eine Erkältung zugenommen. Ich muss die ganze Zeit niesen. Ach, komm, das ist doch alles so scheiße. Jetzt habe ich auch das Ding hier nicht gekauft. Ähm, wie heißt denn der? Der Angriffstempo. Dolch. Alter, weil hört das auf mit Niesen. Komm, schau, das ist doch so scheiße. Genau während der Aufnahmen muss die ganze Zeit niesen. Wow. Da unten geht's auch voll ab. So, der ist jetzt auch tot. Ob der jetzt nur noch da oben ist, jetzt weiß ich nicht. Ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen. Ich glaube, der Trash ist schau irgendwo hier in der Nähe. Okay. Wow. Alter, die ist doch so scheiße, die Frau. Alter, wie viel Schaden der macht, ey. Ja, genau, geht's auf mich los. Ja, genau, geht's auf mich los. Ah, komm schon, das ist doch einfach so scheiße. Jetzt wurde wieder gedürnt. Alter, wie viel Schild hat denn der Typ? Das ist doch unglaublich. Ich habe nicht so viel Damage, wie der Schild hat. Das ist doch unglaublich. Scheiße. Scheißengleister, komm jetzt. Brandt, ich brauche First Time mit Kale. Ja, okay, First Time oder hin oder her. Man muss ja eigentlich irgendwie helfen hier. Der Einzige, wo bei dem eigentlich gefiltert ist, das ist auch der Wukong. Sinn hat er überhaupt null Kills, weil er schon unten ja versaut hat bei mir. Bei mir und Mum doch. Geil, geh weg da. Ja, ich bin ja da gerade unterwegs und Mumu ist jetzt da auch. Und da unten. Killst den, killst den, killst den. Ja, der kann da jetzt nicht mehr entkommen, der Junge. Oder vielleicht doch. Oh, der KZX ist jetzt auch hier. Gut, dann kill mal den ganzen Schrott hier unten. So, ich weiß nicht, wie viel das bekommen wird. Oh, die haben den getötet. Das ist ja super. So. Wo ist eigentlich der Rest vom Fest? Oh, die sind alle da oben. Okay, die sind alle da oben. Dann killst du jetzt mal das, das schnell hier, das Zeug. Oh, da ist auch Nunu da. Okay, der versucht doch mal sein Revier zu verteidigen. Der ist da gerade auch unterwegs. Ich habe aber noch etwas zum Laufen. Alter, der Lissin hat auch eine unglaubliche Rüstung. Das ist auch krass. Okay, jetzt bin ich hier. Ich werde einfach mal hier stehen. Was macht denn der da ganze Zeit? Ja, komm, der geht da jetzt auch weg, ey. Das ist doch so scheiße. So ein kleiner Ratte ist das. Oh, da ist schon der Wukung in der Mitte wieder. Okay. Ich gehe jetzt mal aber schnell hier. Oh, fuck, 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 fuck. An diesem Fest schaffe ich es jetzt nicht zu kommen. Scheiße. Ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen und warte. Vielleicht kommt es da ein oder andere. Okay, der Blüscher ist sowieso nicht da. Den wollte er mir jetzt eigentlich glauben, aber der steht mir nicht da. Oh, scheiße. Scheiße, scheiße. Nu, 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 geh weg da. Nu, nu. Geh da bloß weg da. So, den nehme ich mal mehr mit. Der kleine Hundi. Scheiße, die machen gerade den Turm hier unten. Ach, fuck, das ist doch alles so scheiße. Dann müsste man einfach mal hier aufpassen. Oder halt, beziehungsweise, dass hier einen getankt oder so. Aber irgendwie, wenn ich immer gefokust hätte oder so. So, okay. Die wären jetzt weg. Da unten teleportieren die jetzt alle. Scheiße. Jetzt sind sie hier alle weg. Jetzt sind sie hier alle weg. Doch, der Ding ist noch da. Wo ist denn der jetzt? Ach komm, der ist jetzt weg. Scheiße, der Mundu ist jetzt auch tot. Fuck. Na gut, dann gehen wir jetzt mal auf den Lissin hier los. Auf den Xin hier los. So, der ist jetzt weg hier. Okay, gut, so. Jetzt können wir vielleicht den Turm hier schnell pushen. Scheiße, der ist auch da hinten. Ach komm schon. Wie ich den Typ hasse. Der hat einfach so viel Schild. Ich kann einfach nicht durchdringen. Den Jungen, wie viel Schild hat denn der jetzt? 85 hat fast 4000 Lehm. Alter, willst du mir jetzt irgendwie verarschen oder so? Komm schon, bleibt euch jetzt hier stehen, Mann. Wo ist denn der jetzt? Alter, der ist doch so scheiße, der Junge. So, der ist jetzt tot. Er kann jetzt machen, was er will. Alter, der hat so viel HP. Das ist einfach unglaublich. Da muss jetzt irgendwie mal ein bisschen mehr Schaden machen. Oder ein bisschen mal schnellere Geschwindigkeit oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall fällt... Oh, da ist Lissin da. Okay. Oh, fuck. Das hätte jetzt echt böse ausgehen können. Scheiße. Machen wir jetzt einfach mal so hier. Scheiße. Ja, klar, der Lissin. Das war schon klar, dass der da jetzt irgendwie weggeht. Ich habe auch kein Mann an mir. Ich muss hier weg, sonst kann ich hier nichts mehr machen. Ich komme aber gleich wieder, Leute. Ich bin gleich wieder da. Gleich mit frischen Kräften. Ein bisschen mehr Angriffstempo. Oder... Ja, genau. Ein bisschen mehr Angriffstempo. Okay, gut. Ich muss jetzt irgendwie gar nicht mehr niesen. Das ist schon super. Brand. He's in the house. Mundo. Ich glaube, Mundo muss jetzt mal ein bisschen aufpassen hier. Ihr glaubt, die sind aber gar nicht mal so verkehrt, dass die gerade zu dem sind. Uh, der ist schon dead hier. Das war's jetzt. Alter, wieso killen die? Killen die denn eigentlich so lange? Das ist doch unglaublich. So. Die machen wir jetzt hier schnell weg hier. So. Beim Baron. Sind die keine Seite, die sind die beim Baron sind oder so? Ich habe keine Ahnung. Don't split. Alter, was? Pushen, 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 pushen mit together. Ja, klar. Das werden wir jetzt auf jeden Fall mal machen. Aber ich habe jetzt keinen Flash da. Ich habe keine Ahnung. So. Uh, da ist Wuckung. Da ist scheiße. Ja, klar. Auf mich los. Ja, ja. Auf mich los. Schon klar. Ja, klar. Ach, komm. Das ist doch so scheiße. I'm focused first. Ja, klar. Ich stirb als der. Das ist ja normal. Alter, das ist doch so scheiße alles. Fuck. Ich konnte nicht mal einen Kill machen. Wer hat mir da so viel Schaden? Ich meine, der, der, der Lassine mit Oberstrike. Was ist ein Oberstrike? Der, 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 die kleine Äffchen da ebenfalls. Das ist doch alles so scheiße. Ich habe, ich habe doch gewusst, dass die, dass das jetzt irgendwie eine Falle ist oder so. Aber ich habe nicht gedacht, dass die so dreistisch wie die jetzt gerade eben vorher. Das ist ja unglaublich. Mundo, warte auf uns. Wir sind gleich bei dir und helfen dir, diesen Kampf zu besiegen. Hahaha. Beim, beim so Worts. Worts. Vielleicht Worts. Oh, we will lose. Ja, wir können da Worts kaufen. Eigentlich jeder. Mundo hat ja drei Worts. Mundo, have Worts. Mundo hat doch Worts. Was labert sie eigentlich? Oh, mit. Mundo. Ich wollte eigentlich sagen, Mundo, have Worts, aber. Okay. Okay, vielleicht können wir schnell ein Sim hier fertig machen. Scheiße, der ist jetzt wieder hinkommen. Das ist doch so scheiße alles. So, jetzt haben wir meine Ultimal auf Level 3. Das ist gut. So, der ist jetzt hier auch weg. Jetzt musst du gerade mal gucken, wo jetzt gerade der Rest hier ist. Nicht, dass die jetzt gerade auf mich zugehen oder so. Okay, die sind jetzt irgendwie alle in der Mitte. Das heißt, die können jetzt eventuell hier in Ruhe pushen. So. Okay, jetzt ist der Turm dran. Der Turm ist jetzt fertig. So, der Turm ist jetzt fertig. Vielleicht schaffen wir jetzt noch der Rest hier zu machen. Okay, die Äpfchen ist glaube ich gerade, die laufen jetzt gerade auf mich zu. Genau, die kommt jetzt hierher. Deswegen verbisse ich mich jetzt einfach mal von hier. Lolololololo, ich bin hier weg. Lolololololo, lololololo. Ich bin weg, ich bin weg. Trololololo, ich bin weg, ich bin weg. Trololololo, leider hat der jetzt den Xen mal einen Angriff überlebt. Aber beim nächsten Treffen wird er natürlich den Tod nicht im Kommen. Hahaha. Fokus, Brand. Ja klar, muss er Brand fokussen, weil die Äpfchen macht ja eigentlich nicht viel. So. Top is clean, are you sure? Was soll da top clean sein? Da sind da jetzt noch alle da irgendwie. So, jetzt bleib ich einfach mal hier stehen und warten, bis der jetzt den Xen jetzt zu mir kommt. Weil der ist so blöd und kommt jetzt natürlich hierher. Genau. Scheiße, ja, der flasht sich jetzt natürlich weg. Super. We will win. Ich glaube jetzt weniger, dass ihr jetzt gewinnen werdet. So, ich pushe es mal wieder da unten wieder, weil das Äpfchen ist ja eigentlich jetzt oben. Oder ich bleib jetzt einfach mal hier stehen. Ich weiss nicht, was ich mir jetzt hier erwarte. Auf jeden Fall ist das Äpfchen hier mit 3000 HP und irgendwas mit viel Rüstung, keine Ahnung. Ja, ich gehe schon zurück. Because of my Relays. Okay, keine Ahnung, was er jetzt damit meint, aber... So, was ist denn eigentlich hier los? Ob die es da in dem Ding machen? Keine Ahnung. Machen wir den jetzt mal einfach mal schnell. So. Komm schon, stirb, stirb, stirb. Oh, scheiße, da kommt ein Ziel her. Okay, der ist jetzt da weg. Jetzt machen wir den noch schnell. Nichts da, mein Freund. Nichts da, du willst sterben. Zwar nicht von mir, aber eigentlich jetzt von anderen. Scheiße. Nicht erwischt. So, der ist jetzt kurz. Wow, wow, scheiße, scheiße. Ach, komm schon, die sind doch so hässlich. Oh, Mann. Wieso surrendern? Alter, seid ihr bescheuert. Wieso denn surrendern? Irgendwie versteht die Leute gar nicht manchmal. Ich muss auf. Ähm, ja und? Alter, was für surrender? Kannst du sowas? Ja, klar, ich stimme dagegen. Ich will dieses Spiel nicht verlieren, Mann. KZX 13, komm schon. Ich hab jetzt kein Red mehr. Der KZX hat es zwar, aber der schafft es, ihn gar nicht wegzukommen oder so, glaube ich. Doch, der schafft es sogar. Vielleicht kann ich dem jetzt noch schnell helfen. Jetzt kommen ja schnell noch andere Schuhe, Beschleunigungsschuhe. Dass man schneller mal von hierher wegkommt und dir mal ein bisschen die Manieren beibringe. Den Affen hier. So, komm schon. Alter, die haben das auch noch zerstört. Ach komm, das ist doch alles so scheiße. Unten ist auch voll haufenlos. Ja, ja, ich bin ja schon da. Ich bin ja schon da. Scheiße, die haben das auch schon zerstört. Ach komm schon, das ist doch alles so scheiße. Warum verrecken wir andauernd hier? So, fucking Noobs. Ja, der ist weg, können wir nichts machen. Und den Baron hat es auch nicht mehr. Werd nicht übermütig, mein Freund. Okay, da ist auch Lissi nirgendwo hier, glaube ich. Oder auch nicht. Ich pushe mal, einfach mal hier ein Stück. Oh, da teleportiert er sich. Komm schon. Ah nein, das ist doch so scheiße, Alter. Ach komm, der hat noch erwischt. Das gibt's doch nicht. Der Gegner ist gottgleich. Der gleich ist der gottgleich. Ich habe ein gutes Gefühl. Der hat vor. So, ich hoffe, die sind jetzt nicht irgendwo hierher. Hier irgendwo. Irgendwie, sonst sterbe ich gleich sowas von. Wir haben mehr Kills. Ja, das stimmt auch, aber wir haben... Äh, wir brauchen Mundo für Tank. Weil die Fokus nicht andauert und das ist echt nervig. Weil da kann man nicht jetzt irgendwie genügend Schaden machen. Und das ist echt scheiße. I know. Last, last Whispers. So. Machen wir hier mal in der Mitte mal ein bisschen Druck. Okay, ich weiß gar nicht, wo die jetzt eigentlich sind. Die fällen überall. Oh, gut. Oh, da ist Lissi. Oh, die sind alle da oben. Scheiße, Mundo stirbt das, glaube ich. Ja, da kannst du da echt nie nichts mehr machen. Au. Du. Geh. Da. Report Mundo. Ja, wieso reporten? Der hat da eigentlich den Kumpel zerstört. Weil ich weiß ja gar nicht mehr so schlimm, was er gemacht hat. Okay, die sind gerade alle hier unterwegs. Ja, ich gehe schon weg, ich gehe schon weg, ich gehe schon weg. So, die sind jetzt alle da. Jetzt bleiben wir einfach mal hier im Busch stehen. Und Mundo ist ja auch hier. So, genau so muss es, genau so muss es sein. So, genau so muss es sein. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Warum, warum? Why? Why? Warum hilft mir denn ihnen? Oh, mein Gott, Alter. Das ist so. Just help. Kyle, you are so fucking nook. Ja, das stimmt auch. Alter, was macht ihr denn die ganze Zeit? Wieso geht denn da jetzt? Oh, Mann, das ist doch so nervig eigentlich. Ja, versucht man irgendwas zu machen. Dann laufen die irgendwie weg. Und keine Ahnung, was noch. Das ist alles so scheiße. Ja, ich renne irgendwie, ich stehe die ganze Zeit in der Mitte, fight der irgendwie, wie ein verrückter. Und da laufen jetzt irgendwie meine Teamkollegen einfach mal davon. Das ist doch so scheiße einfach. Ja, jetzt haben die das verstört. Ja, der Xine, schau da oben. Was hat denn der eigentlich? 167, 187 AT, 127 Rüstung. Okay, gut. Ja, jetzt schaffe ich den eigentlich nicht da zu pushen oder zu killen. Könnte ich eigentlich schaffen, aber ich habe noch 5 Sekunden, bin ich ja tot. Oh, der geht da weg, okay. Der geht da weg, okay. So. Ihr weiß jetzt, was die da jetzt machen werden. Auf jeden Fall muss da jetzt mal da weg, weggehen. Alter, komm schon da. Weg da, weg da. Geh doch mal weg da. Haha. Scheiße, was? Ah, komm schon. Nee, ich komm da auch weg. Fuck, man. Wo sind die jetzt alle? Oh, der ist jetzt da oben. Okay. So, der ist jetzt weg da. Jetzt kann man ein bisschen Leben hier aufbinden. Und der Blutdüster, was ich habe. So, okay, der ist jetzt dead. Das heißt, der macht jetzt im Nächsten halt keine Probleme mehr. Oder halt nicht so direkt Probleme machen. Oh, der ist Mundu. Scheiße, der ist tot. Alter, der Wukong, der ist so tankt. Der ist so ein Tank, man. Das ist einfach unglaublich. Der kann jetzt irgendwie keiner mehr irgendwas antun oder so, den Jünger. Wow, scheiße, er muss hier weg, er muss hier weg, er muss hier weg. Aber der stirbt jetzt gleich sowieso. Ach, komm schon, stirbt doch jetzt, Mann, stirbt doch. Ach, komm, das gibst du nicht. Lol, das ist einfach nur Lol, Mann. Ich habe echt keine Wörter mehr für den Scheiß. Scheiße, das ist doch so scheiße. Mann, Mann, das ist... What was that? Jetzt haben wir gelost, eigentlich, weil die zwei Türme stehen hier auf. Und die kommen jetzt einfach mal und pushen hier. Alter, was war denn das gerade für ein Scheiß? Komm schon, Mundo. Mundo, Mundo. Oh, oh mein Gott, das gibst doch gar nicht. Warum verlieren wir hier? Report Mundo all. Komm schon, vor, vor, vor. Only Fete. Das gibst doch einfach nicht, ey. Ah. Bis jetzt war es das schon. Und Mundo steht jetzt einfach am Base und macht gar nichts. Das ist doch so scheiße alles. Das ist doch einfach so scheiße alles. Ach, komm schon, die paar Sekunden. Na, das ist doch so scheiße. Na gut, ich sage jetzt einfach gar nichts mehr. Ciao.